Guten Abend. Seit etwa 130 Jahren gibt es gezielte Bestrebungen zur Errichtung einer globalen Ordnung, die Idee dazu kam aber schon im alten Babylon auf. An sich kein schlechtes Konzept, wenn diese Ordnung in der richtigen Gesinnung aufgerichtet würde, weil sie das Wohl aller Menschen im Sinn hat. Die unterdrückende und menschenverachtende Variante ist allgemein unter dem Namen Neue Weltordnung NWO bekannt. Die NWO fußt im Grunde auf einem primitiven Prinzip, die Macht des Stärkeren. Wie in allen Imperien wollen ihre Herrscher Kontrolle über Ressourcen und Sklaven. Um Menschen gefügig zu machen, müssen sie in eine Unterlegenheitsposition gebracht werden. Dies geschieht durch wirtschaftliche, militärische und psychische Destabilisierung. Ein paar Beispiele, wie dies aktuell geschieht. Microsoft missbraucht seine Allgegenwart, um Firmen und Privatpersonen in eine umfangreiche Überwachung zu treiben. Die USA missbraucht das vor 70 Jahren besiegte Deutschland, um auf dessen Kosten mit vielen Ländern Krieg zu führen. Die Medien zensieren mahnende Stimmen. Bildungspläne dienen der psychischen Destabilisierung von Eltern und Kindern. Die Flüchtlingskrise führt zur wirtschaftlichen und psychischen Destabilisierung Europas. Doch wie, oder besser gesagt, durch welche Hände sollten und sollen die Ideen und die Bestrebungen um eine neue Weltordnung ausgeführt werden? Die Anfänge der NWO reichten bis ins 18. Jahrhundert. Cecil John Rhodes, britischer Diamantenhändler und Freimaurer, einer der wesentlichen Wegbereiter, wurde herangezeugt, die Ideen einer globalen neuen Weltordnung einzuleiten. Sein beträchtliches Vermögen hinterließ Cecil Rhodes der von ihm gegründeten Rhodes-Stiftung. Diese Stiftung hatte das Ziel, Studenten innerhalb der Universitäten mit der Stipendien für die politischen und religiösen Ideologien Cecil Rhodes zu kaufen. Seit 1903 wurden insgesamt 7.688 Stipendiaten ausgewählt, um sie anschließend in Schlüsselpositionen von Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Kirche, Bildung, Nachrichtendiensten und Journalismus einzusetzen. Einige der bekanntesten Stipendiaten waren zum Beispiel US-Präsident Bill Clinton, der ehemalige CIA-Direktor James Woolsey oder der NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark. Durch diese stete Unterwanderung wird das Weltgeschehen somit seit einem Jahrhundert geschickt in die Richtung einer einheitlichen Weltregierung gelenkt. Wenn aber diese Machtmissbräuche immer und immer wieder ans Licht gezogen werden, dann kann die NWO nicht bestehen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und auf Wiedersehen. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, »Der bedrohte Frieden«, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. 1. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. 2. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. 3. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen, Rentenzahlungen zuerst. 4. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheuerer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. 4. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. 5. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. 6. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. 7. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. 8. Die ergebenden Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. 9. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wiedererstarkenden Kommunismus. 10. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. 10. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. 11. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. 11. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen, und anderen Massen Vernichtungswaffen führen. 12. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das gruppelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. 12. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte, vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. 13. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. 14. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. 15. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. 16. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte. 16. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020